Kugler und Drift, was wird passieren? Beziehungsweise, ich weiß was passiert, aber pass jetzt mal auf Leute, was für einen Glitchfeger herausgefunden haben. Ihr müsst einfach jemanden an euch dran heften, dann muss jemand in Drift gehen und dann passiert das mit euch mit dem Kugler. Mal schauen, wie lange wir jetzt fliegen werden. Tschüss! Alter, wie viel Meter sind wir? 3.100, 3.002, es geht immer weiter, wir schlittern übers Wasser wie diese Steine, wenn ihr flutschen lässt. So flutsch, flutsch. 3.475, fast 480 Meter, unglaublich.